Woo! So ist es schön, wie die Frames nicht um ne halbes runter gehen, wenn ich Shadowенная aktiviere. Im Gegensatz zu Fraps dem huren Forum, das ist richtig! Dich. Ihr Lob sei die heilige Kartoffel in Ebenigkeit. Amen. Samen. Ich stoße die heilige Kartoffel jetzt von ihrem Thron um sie in meine Hände zu nehmen. Eganz, wo bist du überhaupt? In der Feuerwehrstation, damit meine ich Polizeistation. Alter, hier liegt eine Hexung. Erstmal eine Mosin-CQB-Master. Wo sind sie? Beim grünen Gebäude im Zentrum des Dorfes. An den Jesus sein Fleisch an die Jünger verteilt. Und damit meinst du, er schnitt sich ein Bein ab und brach es in zwei, um seine Jünger davon kosten zu lassen. Ohne Scheiß, ich wünschte, ich könnte Seile gegen Wurlappensäcke tauschen. Ja, das wäre durchaus. Da hätte ich jetzt schon 20 gefunden. Warte, wenn du sagst grünes Haus im Zentrum, meinst du welches Zentrum? Ja, da bin ich inzwischen gar nicht mehr dran. Alter, ein Slideschimmer. Wenn ich für jedes Knicklicht und für jeden Slideschimmer ein Ding kriegen würde. Wo bist du jetzt? Jetzt bin ich im hinteren grünen Haus. Okay. Also hinter meinst du nach hinten oder in Richtung Industrial? Richtung Industrial. Achso, okay. Ja. Alter, ein Kleid und die fliegende Kappe von, wie heißt dieser Ort? Ich schlage sie jetzt mit ner Kartoffel und zwar der Heiligen, um sie zu segnen. Achja. Im Namen der Heiligen Kartoffel bleiben sie stehen. Das ist mein Kili-Soot gewöhnt. Ich glaube auch. Alter, ich will die Kartoffel nicht essen, du Arsch. Warum verprügeln sie mich? Ich habe sie doch nur heilig gesprochen. Mit der Heiligen Kartoffel. Alter, da dachte sich jemand, scheiße unser Auto springt nicht mal an, legen wir da unsere Schaufel drauf. Samen. Samen. Genug aufgenommen für heute. Du hast die ganze Zeit aufgenommen. Natürlich.